so und da sind wir wieder bei Need for Speed gut dann machen wir weiter so was haben wir hier? Sprint drin und haben wir noch einmal Story mäßig? ne ne? Story, Story, Story haben wir nicht gerade ne? sieht nicht so aus ok, was brauchen wir hier? macht es nicht verfügbar? ok dann gehen wir doch in Tagmodus oder was? ja dann fahren wir doch die Story weiter ok ok hier steckt in Schwierigkeiten? Dex, danke dass du den Wagen geholt hast das ging echt schnell ist das was Ernstes? naja, zumindest gehts voran hey hier ist Wayne falls du interessiert bist hätte ich jetzt ne echte Herausforderung für dich ich glaub die Strecke wird dir gefallen hm genau auf Tag so da ist die Story und das ist der kürzere Weg ja 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 da ist naja ja 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 da ist noch ein friss oder stirb schön dass du zurück bist der erste kurs war nur ein warm-up der hier ist ein anderes niveau probieren und da fehlt mir das auto für die bühne gehört ja ja aber nicht mit dem auto gut zu wissen dass das ein dürfte ist ja bitte mein auto wechseln ich dachte du hast ein plan wegen des laptops solange er nicht entsperrt ist kommen wir nicht weiter ja 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 so probieren wir es mit dem noch mal dann holen wir uns auch mal vielleicht mal einen dürfte ja 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 da ist der drift den ich haben wollte gut ich hätte jetzt wirklich bringen müssen ich hätte einfach den wagen wechseln müssen dort dass ich aber jetzt gerade erst schön dass du zurück bist der erste kurs war nur ein warm-up der hier ist ein anderes niveau probieren wir es liegt ja der sieht vielversprechend aus Der nächste wird noch besser Es geht nur um Kontrolle Das nenne ich einen Drift Ja, zeig mir mehr davon Das will ich nochmal sehen Ich schreibe mir alles von ihm ab Wie aus dem Lehrbuch Schon geschafft So, gut Okay, sei ehrlich Du hast geübt, oder? Und nicht wenig Du hast geübt Du hast geübt Findest du irgendwas hier auch nur ansatzweise schwierig? Na ja, geht So, gut Geschafft Man, mich nervt's schon fast, wie gut das war Wie es aussieht, muss ich mich wohl deutlich steigern Sehr schön Frise oder stirbt abgeschlossen Gut, dann machen wir weiter Haben wir noch was schönes Hier muss ich irgendwo noch ein Drift fallen Ne, das ist nochmal ein Drift fallen Ja, wunderbar Nehmen wir den mit Nehmen wir den mit Da oben So Dann machen wir den nächsten Dann machen wir den nächsten direkt mit Oh, da ist noch ein Flamingo Wir sind ja Ich wette, dass der unten drunter ist Da war der Ich wette, dass der unten drunter ist Oh, bitte nicht Kein Kopf jetzt Ich muss mir auf jeden Fall noch Einen neuen Drifter holen Allein um die Stärke nochmal rauszukriegen Mal gucken, was ich mir noch hole 75.000, das sollte nicht das Riesenproblem sein Ich bin immer 162 gewesen Jetztocke mich noch mal Ja, das ist einer 45.000 Ich bin schade Entspannung Er Oh, ich kriege mal hin. Das ist kein Problem. Das ist ein 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 Problem. Das ist ein, das ist ein Problem. 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 Das ist ein Problem.